Gleich geht's hier los mit Red Style und Lifestyle Trends und Do-It-Yourself gleich hier bei Red Style. Ich freue mich schon auf euch. Nur noch wenige Sekunden bis zu Red Style. Das alles jetzt hier bei Red Style. Ja, knaller, die Lampe im Federkleid, die kann man doch tatsächlich direkt mal nachbauen. Und damit hi und willkommen hier zu Red Style. So, und jetzt mal ehrlich, habt ihr auch immer und ständig Lust auf Urlaub, aber kein Cash in der Tash? Ich hab was für euch. Gigantische und stylische Badeparadiese und erschwingliches Strandfeeling für einen Tag. Ja, sowas von. Und in Sachen Trends und Style, da sind Festivals in diesem Sommer ja eine echte Inspirationsquelle. Ich sag nur Hotpants, so richtig schöne Boots, ein paar Blumen-Hippie-Gleitchen. Aber wer eine richtige Stylo-Show hinlegen will, der braucht natürlich definitiv das, was YouTube-Star Sonny Lufs für uns testet. Und have fun mit Glitter-Roots und Mermaid-Make-up. Cool, crazy und unfassbar charming, das kann nur einer sein, nämlich Kochgott Jamie Oliver. Ich hab den Fünffach-Daddy letzte Woche in London getroffen und ich war wirklich sehr beeindruckt. Er hat mir nämlich nicht nur seine Rezepte-Tipps, sondern sogar seine persönlichen Ehe-Tipps verraten. Jamie Superstar, hier kommt ein Interview, das uns alle total geflasht hat. Ja, Jamie Oliver, ein wirklich cooler Kerl, ein Top-Koch und dann auch noch so ein toller Daddy. Und mit einem ähnlich starken Charakter geht's jetzt hier bei Red Style auch gleich weiter. Das und noch viel mehr, gleich hier bei Red Style. Da sind wir zurück bei Red Style, eurem Lieblings-Lifestyle-Magazin. Und es ist sexy, positiv und bringt unglaublich viele Likes. Das perfekte Selfie. Und neben der ganz klassischen Variante gibt es noch Belfies. Ihr wisst schon, hier Popo-Selfies und Leute, ganz neu Holly-Fies. Die Holiday-Selfies, absoluter Hit. Ja und wie ihr die perfekt und sogar unter Wasser einfach so mit eurem Smartphone hinbekommt, das zeigen wir euch jetzt. Ja, was haben wir gelernt? Niemals frontal in die Kamera gucken, ich mach's jetzt einfach so. Und wirklich ein genialer Tipp, genial geht's bei uns auch weiter, nämlich mit Alex Consaini. Gerade mal 13 Jahre jung hat sie das, wovon wirklich Millionen Mädchen träumen, nämlich einen Model-Vertrag. Das Besondere, sie wurde als Junge geboren. Wir haben das jüngste und erfolgreichste Transgender-Model der Welt zu Hause in L.A. besucht. Alex ist selbstbewusst und unfassbar inspirierend. Ja, schön, wenn man sich so liebt, wie man ist. Und die Liebe, Liebe ist ja grundsätzlich und überall ein Thema, vor allem natürlich in der Partnerschaft. Und da ist dieser Satz nicht selten. Schatz, heute nicht. Bei Millionen Deutschen herrscht Flaute im Bett. Was tun, wenn die Libido weg ist? Unsere Beziehungsexpertin Paula Lambert, die bringt jetzt mal so richtig schön Schwung in unsere Beziehungskisten. So ist es und wir widmen uns gleich einem anderen lustvollen Thema Foodporn. Vom Ein-Hort-Toast über Quallensnacks bis hin zu... Gleich hier bei Red Style. Kein Morgen ohne Latte. Ja, da seid ihr jetzt wieder wach, ne? Dann spitzt die Lauscher, macht die Augen ganz weit auf. Es geht nämlich tatsächlich um eine Latte am Morgen. Aber nicht, was ihr jetzt denkt, sondern eine zum Trinken natürlich. Hier kommen die witzigsten und verrücktesten Schlemmtrends. Ja, und wie verrückt und wie könnten wir das Thema Foodporn hier bei Red Style eigentlich nur noch toppen? Richtig, mit unserem sexy Goodbye Guy, dem wohl heißesten Typ des Tages. Diesen Mann schmachten Mütter und Töchter an Patrick Dempsey. Der hatte gerade in Bridget Jones Baby sein großes Kino-Comeback. Als Fernseharzt, Mac Dreamy in Grey's Anatomy. Du auch mal mit seinem Sportwagen. Smart, sexy, skandalfrei. Patrick Dempsey ist der Familientraummann. Und damit sage ich Goodbye und wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich auf euch.